Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik und zwar heute mal in einer ganz anderen Art, nämlich als Vortrag sozusagen Telekolleg Lego, ist heute dann gesagt, das ist ja gerade irgendwie en vogue, da man ja irgendwie zu Hause sitzt, auch als Schüler und sich dann irgendwelche Leute ansieht, die einem den Stoff versuchen dann über PowerPoint-Präsentationen und die Aufzeichnungsfunktion von PowerPoint näher zu bringen, dachte ich mir, wenn man jetzt schon in diesem Stil gerade drin steckt, dann kann ich das ja auch mal machen. Ach, was soll es hier? Irgendwelche Videos einblenden? Irgendwelches wild zusammengeschnittenes? Nein! Einfach PowerPoint-Präsentationen, mal ganz kurz am Anfang mein Gesicht gezeigt haben und dann, ja, einfach den Stoff so vermitteln. So machen wir das heute mal. Ist, ja, ist so. Weil es so ist, ist es nämlich, weil ich einen Vortrag schon vor einiger Zeit mal gehalten habe im privaten Rahmen. Da ging es auch um die Lego-Geschichte und ich dachte mir, Mensch, die Folien hatte ich letztens wieder ausgegraben, ein bisschen aktualisiert und versuche jetzt die Lego-Geschichte als PowerPoint-Präsentation maximal unterhaltsam rüber zu bringen. Also, alle PowerPoint-Fetischisten aufgepasst, es geht los. Allerdings jetzt ohne mein Konterfei. Das blende ich nämlich wieder aus. Wir starten mit einigen Daten zur Firma. Mit der Firma ist in diesem Fall Lego gemeint. Dort arbeiten ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Der Sitz ist in Billund, aber inzwischen haben sie natürlich viele Dependancen weltweit. Das heißt, Billund ist zwar immer noch die Zentrale und dort sitzt auch die Gruppe, die die Entscheidung fällt. Da sitzt auch der Großteil der Designer und da wird auch weiterhin ein Großteil der Steine produziert, die für den europäischen Markt bestimmt sind. Aber ich sage ja, es geht inzwischen natürlich als globale Firma auch global her. Und das merkt man schon daran, dass die Lego-Stores gerade insbesondere in Asien aus dem Boden, wie soll man sagen, sprießen. Also da ist wohl geplant, in nächster Zeit wirklich viele, viele neue zu gründen und aufzubauen. Es passiert was. Der Umsatz, übrigens, daran sieht man auch, es passiert was, ist inzwischen wieder leicht gestiegen. Es gab mal so eine ganz kleine Delle. Letztes Jahr 2019 bzw. 2018 dann der Wert. Hier 2019 waren es jetzt 5,2 Milliarden Euro weltweit Umsatz. Ja, in Deutschland immerhin eine halbe Milliarde bzw. 509 Millionen. Und der Gewinn scheint wohl nach dem, was man so liest, 1,1 Milliarden Euro zu sein. Also einigermaßen profitabel das Ganze. Und man ist inzwischen wohl wieder größter Spielzeughersteller der Welt. Nummer 2 ist Mattel, knapp dahinter. Ja, da kippt es immer so ein bisschen irgendwo hinter der Milliardenzahl, wann der eine Mal und wann der andere vom Ansatz her vorne ist. Aber sie sind auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Dann kommen wir als nächstes zum Produkt. Das sind das berühmteste sicherlich. Der 2x4er, den wir hier oben rechts sehen. Ja, immerhin eine Möglichkeit, den, wenn man sechsmal ihn hat, 915 Millionen Mal in verschiedener Form zu kombinieren. Man kann sich also schon vorstellen, was theoretisch zumindest an Varianzen möglich sind mit so einem Set, wo mehrere tausend Teile drin sind. Und, naja, in der Praxis natürlich ist nicht jeder von diesen 915 Millionen Arten irgendwas, was einem irgendwie hinterm Ofen hervorlockt. Aber es sind durchaus ein paar Handvoll, die, wenn man ein bisschen abstrakt denken kann, schon mit diesen sechs Steinen irgendwie eine Ente oder ein Frosch oder was weiß ich bis hin zum Elefanten darstellen könnte. Je nachdem, wie man es denn dann zusammendrückt. Es gibt zur Zeit so um die 67 Farben, das war um die 2000er Wende, mal deutlich mehr. Das war auch einer der Gründe, da kommen wir gleich zu, weshalb Lego dort nämlich dann auch seine, ja, sagen wir mal so dunklen Jahre hatte. Hinsichtlich der Frage, ob sie es überhaupt denn nächst noch schaffen, ob sie Insolvenz gehen, ob sie vielleicht sogar aufgekauft werden. Aber, wie wir ja wissen, es gab ein gutes Ende, beziehungsweise einen guten Fortgang. Es wurde nämlich dann ein großer Erfolgsstory wieder von Lego, auch nach 2000. Auch, weil man unter anderem die Farben und die Teile reduziert hat. Es sind nämlich inzwischen nur 3700 und man ist schon ein bisschen kniepiger, wenn neue Teile dazukommen sollen. Die, ja, das überlegt man sich. Und ein neues Teil ist im Prinzip auch schon eins, das besonders bedruckt ist. Also, da will man auch den Fehler eben um die 2000er nicht wieder machen, wo es wirklich, glaube ich, in die Zehntausende ging. Die man theoretisch hatte und die teilweise nur für ein Set benutzt werden konnten. Und wenn das Flan floppte, ja, dann war auch der Teil futsch. Also, das will man und wollte man eben nicht mehr haben. Jeder Mensch auf der Welt besitzt durchschnittlich angeblich 100 Legosteine. Ja, wie gesagt, durchschnittlich. Nicht jeder hat 100 Legosteine, aber wenn man das mal hochrechnet, merkt man, da ist ganz guter Durchsatz. Und es hat natürlich auch dann für Lego das große Problem, oder ist das große Problem, dass sie, ja, sie wollen ja eigentlich mehr Legosteine noch verkaufen. Und die Dinge halten ja. Also, wer noch so ein Set von vor 30, 40 Jahren hat, der weiß, da kann man immer noch mitspielen. Warum soll man nur, wenn man Steine braucht, so viel Neues kaufen? Das kann man sich auch einfach vererben lassen. Ja, deswegen natürlich die Idee von Lego, schon seit vielen, vielen Jahren mit Sets zu arbeiten, mit besonderen Themen, mit Lizenzen, die dann doch dazu verleiten sollen, mehr Sets zu kaufen, als nur die, die man braucht, um irgendwie mit Steinen was ganz individuell selber zu herzustellen. Es wurden wohl 2016 ungefähr 75 Milliarden Lego-Elemente produziert und es wurden 730 Millionen Reifen produziert. Und damit war man der größte Reifenhersteller der Welt. Ja, so haben wir es. Das größte jemals gebaute Modell übrigens ist, glaube ich, weiterhin der Star Wars X-Wing Starfighter mit 5,3 Millionen Steinen. Hier sehen wir ein Bild vom letzten Jahr, das ich gemacht hatte in Billund im Legoland. Da steht er nämlich zur Zeit, fing an auf dem Times Square, da wurde er, glaube ich, zum ersten Mal enthüllt und hat dann auch in Günzburg mal Station gemacht. War dann auch mal in der Halle in Billund im Legoland und jetzt steht er eben draußen, sodass man da sogar einsteigen kann. Hier von der Seite gibt es eine Treppe und man kann sich hier ins Cockpit setzen und dann sich nochmal angucken, auch von oben, wie 5,3 Millionen Steine so aussehen. Ja, man wird es wahrscheinlich niemals als Set kriegen, aber das gilt, glaube ich, auch für das, was ich jetzt gleich zeige, nämlich die Kunst. Das hat auch mit Lego was zu tun. Es gibt einige Künstler auf dieser Welt, die den Legostein für sich als Kunstmaterial, als deren Art, als Ausdrucks gefunden haben. Und deswegen unter anderem Herr Nathan Sawyer, ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird, zum Beispiel dazu inspiriert hat, hier diese gelbe Figur zu machen mit ihrem aufreißenden Torso, wo die Legosteine rausfallen. Das war sogar eine Figur, die fast bei Lego mal erschienen wäre, aber das ist eine andere Geschichte und die definitiv nichts mehr mit dem zu tun hat, was man normalerweise kauft, sondern eben als richtiges Kunstobjekt auch in Ausstellungen präsentiert wird. Es gab eine große Ausstellung, die weltweit zu sehen war, immer wieder an verschiedenen Orten, vor einigen Jahren auch in Hamburg. Und da sind zum Beispiel auch diese Bilder hier erschienen bzw. entstanden, die ich jetzt hier gerade zeige. Also ja, Lego auch mal in ganz anderer Form, wie wir jetzt gleich auch noch weiter sehen werden. Hier sehen wir auch so ein paar andere Kunstwerke aus seiner Ausstellung. Wir sehen, weshalb Hamburg da dann auch seine eigenen Sachen bekommen hat. Neben Kunst als Kunst in Kunst, also sprich ein Lego, haben wir da nicht nur den Schrei und ein anderes Gemälde hier so ein bisschen auch rausgestellt, sondern eben den Udo. Auch dann als Büste. Auch den wird man leider wahrscheinlich nie so kriegen können. Oder auch hier, da wird es wirklich noch künstlerischer, wo man dann irgendwie Hände einen anfassen, wo dann die Hände hier abgefallen sind, man durch eine Lücke guckt. Ja, so ist Kunst und das ist ja eine Kunst, die ich auch noch verstehe. Das ist ja, so gesehen war es wirklich eine tolle Ausstellung, die dort in Hamburg sogar ein halbes Jahr dann war. Wie alles begann? Der Anfang. Ja, ich hatte ja erzählt, ich wollte ein bisschen was über die Geschichte erzählen, dann machen wir das doch auch. Nämlich am 7. April 1891 wurde Ole Kirk Christiansen in Vilskow bei Billund geboren. Da, ja, dieses Vilskow kennen vielleicht noch einige, da ist auch so ein Hotel, das relativ günstig ist, wo man wohnen kann, wenn man denn nicht die Preise in Billund zahlen will. Ole Kirk Christiansen, ja, 1891, mit seiner Geburt wusste man wahrscheinlich noch nicht, dass das irgendwann mal was wird, was die Welt bewegt. Aber es nahm, ja, durchaus eine wechselhafte Geschichte dann mit ihm. Nämlich 1916 kam es zum Kauf der Billunder Maschinentischlerei und Zimmer des Zimmergeschäfts und hat dann, man hat angefangen, Schränke, Türen, Fenster zu produzieren. Hat mit Lego also nichts zu tun. Das sind nicht Lego-Türen oder Lego-Fenster oder Lego-Schränke, sondern tatsächlich normale zum ins Haus bauen. Ja, in den 30er Jahren gab es dann eben den Einbruch, die Weltwirtschaftskrise, er musste sein Tischler entlassen und sein Sohn Gottfried, über den noch zu reden sein wird, half mit zwölf Jahren schon bei ihm aus. Dann wurde eine Fräse gekauft. Damit ist also tatsächlich ein bisschen Industrialisierung eingezogen dort in die Tischlerei. Vorher war es einfach eine normale Tischlerei und ein normales Zimmergeschäft. Aber jetzt mit Fräse ging es ein bisschen mehr und ging ein bisschen mehr. So wurden auch Leitern und Bügelbretter hergestellt. Und, und jetzt wird es langsam interessant, aus den Abfällen, also dem, was sozusagen an Verschnittener noch übrig war, wurden dann Puppenhaus-Miniaturen, also kleine Leitern und kleine Bügelbretter gebaut, sodass man also dann damit schon anfing, Kinderspielzeug herzustellen. Und dann auch, ganz neu war, Jojos und die berühmte Holzziehente, wie wir sie hier oben sehen. Das war, ja, da war sozusagen das Symbol, was ja auch für Lego da ist, immer noch für die Anfangszeit geboren. Diese Ziehente, wie gesagt, hier aus dem Lego-Museum, man oben rechts auch sehen kann, aus dem Lego-Haus, da ist sie auch ausgestellt. Ob es das Original ist, weiß ich nicht, aber zumindest eine von denen, die damals wohl hergestellt wurden. Und, ja, das auch mit dem Spruch dahinter, dass das Beste gerade gut genug ist. Ja, so war das. Aber da war natürlich noch nichts von irgendwelchen Lego-Scheinen. Das kam dann erst langsam. Also, der Begriff Lego überhaupt, der entstand 1934, also aus Leggurt, das dänische Spielgut, also gutes Spiel. Ja, dann 1942, ein Brand zerstörte die gesamte Firma. Schon vorher hatte man mit Bränden übrigens zu kämpfen gehabt, aber 1942 war da nochmal ein besonderer, weil das auch dazu führte, dass man teilweise umdisponieren musste. Man musste Neuaufbau machen, hatte inzwischen 40 Mitarbeiter, war also noch weit weg natürlich von den 16.000, die man dann später haben sollte. Aber man kaufte dann, oder Christiansen kaufte dann die erste Kunststoff-Spritzguss-Maschine in Dänemark. Er war auf eine Messe gefahren, ich glaube in Kopenhagen, und hat dort also gesehen, oh, cool, es gibt was Neues, was Moderneres, und hat das Ding mit in seine Firma gebracht. Und das war wohl dann die erste in Dänemark. Und damit hat er Babyrasseln in Fischform hergestellt. Ja, also auch noch nichts mit Legosteinen, aber 1949 gab es die ersten Plastik-Bausteine. Und zwar erstmal nur 2x2er und 2x4er, die auch nur in Dänemark erhältlich waren. Hier rechts oben sehen wir eine von diesen alten Spritzguss-Maschinen. Da wurde einfach hier, ja, das Granulat, das Geschmolzene oder das Rohzeug reingespranen und dann gepresst oder zusammengebracht. Und ja, dann hatte man ein bisschen was aus Plastik. 1950 dann hat Gottfried Kirk Christiansen die Leitung der Firma übernommen. Und damit wurde es dann auch noch spannender, was dann die echten Legosteine auch anging. Also es war kurz nachdem, also tatsächlich diese ersten 2x2er und 2x4er aufgebaut oder erstellt wurden. Und es kam dann die Grundregel, die bis heute auch gilt. Es sollte unbegrenzte Spielmöglichkeiten für Mädchen und Jungen, egal welchen Alters, also die Adultfans auf Lego hatte man quasi schon im Blick, unabhängig von der Jahreszeit für drinnen und draußen bieten. Es sollte ein ruhiges und gesundes Spielzeug sein, an dem lange gespielt werden kann, das die Fantasie und Kreativität beflügelt. Und je mehr man davon hat, desto mehr Möglichkeiten sollte es bieten. Es sollte leicht ergänzbar und von perfekter Qualität sein. Wer will dem widersprechen, dass man sowas gerne hätte und das hat Lego eben mit seinen eigenen Steinen dann auch versucht umzusetzen. Ab 1. Mai 1984 war Lego dann auch der offizielle Firmenname und 1958 gab es dann das Patent für das sogenannte Kupplungsprinzip. Ja und Ole Kirk Christiansen, also der Vater, stirbt im gleichen Jahr. Gottfried, wie gesagt, das war der, um dem nochmal den Kick zu kriegen, der dann damals mit zwölf Jahren ja in der Firma wieder mithalf nach der Wirtschaftskrise. Ja, also der Urvater starb 1958 und warum ist dieses Patent jetzt spannend? Man hat auch den Lego-Stein jetzt schon da. Was ist denn jetzt das Neue? Und das sehen wir hier, nämlich, dass der Stein vorher, der war eigentlich nur hohl. Also der hatte zwar schon Noppen, aber unten war hohl. Wie wir jetzt rechts hier das dritte von oben sehen, bei den roten, das hing so semi oder konnte nur so semi irgendwie zusammenhalten. Das ging auch schnell wieder ab. Das hatte bei weitem noch nicht diese Klemmkraft, wie es heute das auszeichnet, was es eben ermöglicht, auch mit Lego wirklich so viel, mit Lego-Steinen so viel Verschiedenes zu bauen. Da hat man sehr viel rum experimentiert, wie man sieht hier auch mit unterschiedlichen Varianten, mit diesen Röhren in der Mitte und da drunter, teilweise auch mit so Xen und 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 oder mal ganz kleinen Sachen. Und die beste Variante war dann eben diese, ja beim 2x4er zumindest, diese drei Röhren, wie wir es rechts in dem Patent sehen. Und das ist bis heute geblieben. Also die Steine davor waren tatsächlich, die hätten nicht diesen Erfolg gehabt. Aber die jetzt, 58, die waren dann der Kick, den es brauchte, um daraus wirklich ein Weltprodukt zu machen. Hier sehen wir dann auch, was zum Beispiel mit der Zeit sich dann verändert hat. Das sind so alte Kästen. Unten links sehen wir hier noch ein Bild, auch das alles aus verschiedenen Ausstellungen von Lego, von mir fotografiert. Da sehen wir, da waren auch so Metallautos zum Beispiel. Da war noch nichts mit Lego-Autos nur, sondern Metallautos, die dabei waren. Wir sehen hier so alte Kisten. Da sehen wir noch, Papi spielt mit Krawatte, wenn er denn spielt. Also, ja, so war das damals wohl. Aber ich weiß nicht, der andere hier, der hat schon Pullover, der hat auch schon eine Krawatte auf dem anderen Bild. Naja, also das waren so die alten Sachen. Das waren noch ganz klassische Häuser und die Feuerwehr war tatsächlich noch so aus Plastik, aus einem Guss. Das war also noch anders damals. Hier, das ist Kierk-Christiansen. Das ist sozusagen der nächste Sohn, der das dann übernahm. Und das Spannende bei dem ist, der war schon 1958, als also gerade dieser echte Lego-Stein sozusagen das Licht der Welt erblickte, auf einer Produktschachtel. Das sieht man hier bei diesem großen Set, das zum Jubiläum von 50 Jahren, Lego-Stein 2008 erschienen war. Und da hat man ihn sozusagen nochmal wieder nachgestellt, wie er also mit diesem damaligen Set, das allerdings ein bisschen modifiziert wurde, das jetzt natürlich dann komplett gebaut war, dann spielt. Fand ich eine witzige Idee. Dieses Set hier übrigens, dieses Jubiläum-Set von 2008, ist inzwischen auch deutlich im Preis gestiegen. Also wer das original verpackt haben will, muss schon ein bisschen Geld wieder in die Hand nehmen. Ist auch wirklich, von der Idee her, finde ich schon einfach klasse. Also es ist, ja, also da sieht man nochmal früher, heute, das ist, so sieht es aus. Heute sieht er nochmal ein bisschen anders aus. Aber ein sehr fröhlicher, hat man immer das Gefühl, wenn man ihn doch mal sieht, und sehr nahbarer Mensch. Also der ist auch auf Ausstellung so, läuft er normal durch die Gegend, gehört aber zu dem, wenn nicht, sogar ist er der reichste Däne. Also das ist wirklich so ein Bill Gates der Spielwarenbranche. Und der, ja, man kann ihn ansprechen, kann ihn fragen. Die haben ja alle dann so als Visitenkarten so kleine Minifiguren, die er dann auch rausgibt und so. Also, ja, finde ich immer wieder erstaunlich, wie das unkompliziert funktioniert. Ja, dann kam der rasante Aufstieg. 1960 gab es ein erneutes Feuer beim Holzspielzeug. Ja, das war, glaube ich, dann auch das Ende des Holzspielzeuges dort bei Lego. 1961 kam ein neuer Rohstoff, nämlich ABS, was das bisher cellulose Acetate, oder Acetat, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, das war eher aus der Textilherstellung bisher, als Rohstoff verwendet worden. Das ABS ist ein deutlich, ja, interessanteres und deutlich besseres Material dann gewesen, das sich bis heute auch gehalten hat. Jetzt versucht man ja neuerdings mehr noch auf sogenannte grüne Materialien, also wieder nachwachsende, dann umzustellen. Bei ABS ist eben auch noch ein bisschen Erdöl drin und davon will man eigentlich weg. Das zieht sich aber noch ein bisschen. Man hat zwar schon erste Erfolge da gehabt, nämlich insbesondere gibt es inzwischen aus dem neuen Stoff, der wiederum mehr oder weniger auf Zuckerrohr basiert, tatsächlich so diese Pflanzenteile, die so ein bisschen flexibler sind. Den echten 2x4er allerdings, also echte Lego-Steine daraus zu machen, das ist wohl noch nicht so erfolgreich gewesen. Da arbeitet man noch dran. 1962 wird das Rad erfunden, zumindest das Lego-Rad, das andere gab es schon länger. 1964, da gab es die erste Bauernleitung im Set. Bis dahin hat man also sich mit Bildern nur beholfen. 1968 dann das Legoland Billund wird eröffnet und im Hansapark, oder damals noch Hansaland, Sirksdorf, also relativ nah dran bei mir hier von Kiel, gab es den ersten Außenposten. Das war allerdings nur kurze Zeit, danach hat man da wieder abgebaut. Aber tatsächlich hatten wir hier, so in direkter Nähe von Kiel fast, in Sirksdorf oder zwischen Kiel und Lübeck, eine Art Legoland. Einige von den Fahrgeschäften von damals, als es ein Legoland noch war, sind auch noch da. Die Wildwasserbahn zum Beispiel und die Nessi, also eine auf jeden Fall von den kleinen Achterbahnen, die dort noch aus der Zeit stammt. 1969 ist dann Lego Duplo erschienen und 1977 Lego Technik. Also auch diese Jubiläen wurden ja mehr oder weniger erfolgreich gefeiert. Ja, dann ging es weiter durch die Zeit. 1978 erschien die erste Minifigur. 1979 wird dann Kier Christian, das war der gerade eben von diesem Jubiläumspack, neuer CEO. Das ist also der Enkel von Ole Kirk, beziehungsweise der Sohn von Gottfried. Und 1989 Minifiguren mit Gesicht. Ja, das gab es vorher nämlich noch nicht. Vorher waren die, ja, relativ, ja, nicht, dass man da wirklich ein Gesicht sehen konnte. Das waren zwar Minifiguren, aber die klassische Minifigur, wie wir sie jetzt kennen, gab es seit 1989. 1989, das geht ja bis dahin, dass wir hier zum Beispiel dann eine Serie hatten von Minifiguren. Unten rechts sehen wir es, die ja sogar die DFB-Auswahl damals vor einigen Jahren dargestellt hat. Und da haben wir hier zum Beispiel den Jogi Löw. Allerdings als Computergrafik, aber die Minifigur sieht genauso aus. Dann 1998, Mindstorms, kommt in die Läden. Davon gibt es inzwischen auch mehrere Varianten. Das Spannende an Mindstorms ist, dass es in einer sehr einfachen Variante oder Möglichkeit dann einführt, dass man programmieren lernt. Man hat so eine Art kleinen Computer, der dann auch Motoren ansteuert, Sensoren ansteuert. Und das hat sich gerade in Schulen auch, aber selbst in Entwicklungsstudios von großen industriellen Unternehmen etabliert, damit was rumzuprobieren, auszuprobieren. Sodass also Mindstorms über ganz viele Varianten inzwischen, gerade im Bildungsbereich auch, starken Einzug gehalten hat. Dann kam das Lizenzgeschäft 1999. Insbesondere Star Wars und Harry Potter kennt man ja, aber Ninja Go ist ja natürlich keins. Das ist eine eigene Marke, aber ja, da ist ja viel, viel dann reingeflossen an Ideen, aber auch natürlich an erhöhten Preisen, die damit auch dann verbunden sind und deswegen auch immer wieder in Diskussion sind. Aber gerade Star Wars ist natürlich etwas, was viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, ja auch Lego viele gute Einnahmen beschert hat. 2000 wird das Lego-Werk in Klappnu in Tschechien eröffnet. Und da also auch ein Großwerk tatsächlich ist damit entstanden, was viel von den Lego-Sets produziert. Ja, dann kam aber auch die Krise. Um 2000 herum, nämlich brachen die Umsätze ein. Plötzlich hatte man Jahresminus, nämlich 2004 von 174 Millionen Euro. Und das war so schlimm, dass es schon Gerüchte gab, sie könnten insolvent werden oder vielleicht sogar aufgekauft werden. Also da hätte sein können, dass das plötzlich, ja, nicht mehr Lego heißt, sondern Mattel oder so. Also, ja, ist aber Gott sei Dank alles nicht passiert. Die Gründe damals waren ganz verschieden. Erstmal gab es neue Konkurrenz. Also, das Recht am Klemmbaustein war so ausgelaufen. Das heißt, grundsätzlich solche Steine, sofern nicht dann noch Geschmacksmusterrechte bestanden und auch heute noch bestehen, wie zum Beispiel bei der Minifigur. Aber dieses klassische Klemmbaustein-Prinzip, das konnte seit Ende der 80er Jahre auch von anderen hergestellt werden. Hier sehen wir rechts oben so ein Plakat von Tyco, die das zum Beispiel auch gemacht haben und etwas rausgebracht haben, was Lego niemals damals und bis heute auch nicht rausgebracht hat, Panzer zum Beispiel. Ja, die haben da also dann diesen Markt für sich entdeckt. Es gab zu viele Sondersteine und damit viel zu geringe Flexibilität, ja nicht nur für den Kunden, okay, aber insbesondere auch für die eigene Herstellung. Das heißt, man hatte gegebenenfalls, wenn was floppte, die Steine und konnte sie eigentlich nirgendwo anders verwenden als in diesem einen Set. Und das war durchaus, ja, ein Problem. Es gab zu wenig neue Filme für Sets. Star Wars machte zum Beispiel eine Pause mit Harry Potter, lief es auch gerade nicht so in einem Jahr, war gerade nichts und so. Und wenn dann mal so zwei, drei von diesen Filmen nicht laufen, die eigentlich so als Standardwerk da sind, um dann die entsprechenden Verkäufe zu pushen, dann hat man ein Problem. Es gab auch neue Serien, die man selber etabliert hat, die als Flops sich erwiesen haben. Galidor, Jack Stone, sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Und auch, dass man Duplo in Explorer unbenannt hat und damit alle irgendwie, ja, Eltern, die mit Duplo irgendwie aufgewachsen sind und jetzt verzweifelt nach diesem Set suchen, plötzlich Explorer da sehen, war wohl auch nicht der denkbar beste Schritt und Move, den man hätte machen können. Und man war auf zu vielen Spielfeldern. Also man hat halt Computerspiele rausgebracht, Uhren und so weiter und eben nicht alles davon zog. Und damit hatte man, und dann auch einhergehend wohl auch mit den Legoländern, die auch nicht so doll liefen, ja, plötzlich ein Minus in der Kasse. Hier sehen wir Galidor zum Beispiel links. Und das ist natürlich, ja, heute sagt man skurril oder ist irgendwie strange. Aber aus der Vergangenheit heraus natürlich, wenn man das nicht überlegt, das ist doch nichts, das ist doch eher zum Gruseln, oder? Also Sachen, die man jetzt nicht, also zwar zu sich in Schlaf mitnimmt, aber nicht gut. Und Jack Stone, das sehen wir hier rechts, der war auch irgendwie ein seltsamer Typ. Also waren auch so komische Figuren, auch irgendwas, was nicht dieses echte Lego-Prinzip so wirklich dann verkörperte. Ja, aus der Krise kriegen wir natürlich auch wieder raus zum Glück. Wie wir wissen, Kier Kier Christiansen, der nette Herr auf der Verpackung, wie wir ihn sahen, tritt zurück. Und Jorgen Wick Knudstorp wird neuer CEO. Ja, wie wir im Namen sehen, kein Christiansen. Man hat sich zum ersten Mal also tatsächlich entschieden, als Chef von Lego einen zu etablieren, der eher aus der Management-Szene kam. Der allerdings, wie man dann auch feststellt, oder auch damals schon sah, durchaus mit Lego auch ein Herzblut mit hatte. Also es war jetzt nicht nur so ein knallharter Geschäftsmann, der jetzt da alles umkrempelte. Das machte er zwar auch, aber er hatte immer noch auch ein Verständnis für die Idee der Firma. Und das, was eigentlich deren, ja, Mission war, wenn man das mal so vorsichtig ausdrücken will, das ist bei Wirtschaftsunternehmen natürlich immer schwierig. Wo fängt sozusagen, oder wo hört der Verdienst auf? Wo ist es denn noch tatsächlich dann auch, ja, Profession? Egal. Also der hat aber auf jeden Fall auch ein Gefühl dafür, was Lego ist. Und hat das eben nicht nur versucht, da auf das Maximum, was da an Geld rausgeht, zu trimmen. Hat aber viele Einschnitte gemacht. Also es wurde zum Beispiel Legoländer, wurden verkauft, die Freizeitparks an die Merlin Entertainment Gruppe, die allerdings als Großeigner nun mal Lego hatte. Und wie wir wissen, 2019 hat Lego ja das nun auch wieder zurückgekauft. Und so dass also die Lego-Freizeitparks nun mehr und mehr wieder echte Lego-Veranstaltungen sind, was sie eben vorher dann lange Zeit ja nicht waren. Man hat keine Uhren mehr, keine Pullover, Computerspiele. Das stellt man nicht mehr selber her, sondern lässt andere in Lizenz das machen, hat also auch keine Probleme damit, wenn es mal nicht so läuft. Duplo kommt zurück. Oder auch die Reduzierung der Steine. Ich sag ja, es gab Massen verschiedene Steine. 2004 gab es 13.000 verschiedene Arten Lego-Steine. Heute sind es eben nur noch 3.700. Und das Lizenzgeschäft wurde ausgebaut. Ich weiß auch aus historischen Aufzeichnungen, wie kritisch man zum Beispiel ganz am Anfang, Ende der 1990er, also auf die 2000 zuging, sah, dass man mit Star Wars überhaupt ein Lizenzgeschäft machen wollte. Die Amerikaner wollten das gerne, fanden das toll. Und in Billund war man sehr, sehr kritisch. Weil das ja Wars, also Krieg, das wollte man eigentlich bei Lego überhaupt nicht haben. Und dann auch noch mit Waffen und es die kämpfen und so. Aber man hat sich dann doch von USA-Seite wohl durchgesetzt, hat überzeugen können. Und im Ergebnis war es dann ja doch der richtige Zug, weil Star Wars lange, lange wirklich viel Geld, glaube ich, denen auch eingespielt hat. Jetzt fängt es an ein bisschen zu schwächeln. Es wiederholt sich ein bisschen auch, was Star Wars angeht. Aber es war lange natürlich, wie wir sehen, über 20 Jahre, ein großartiges oder 20 Jahre lang ein großartiges Geschäftsverlegung, das entschieden zu haben. Und man hat aber auch deutlich noch andere Erfolge inzwischen gehabt. Und damit kommen wir ins Heute. Erfolge mit Eigenproduktionen. Ja, es gab die Flops. Ich hatte sie ja gerade eben schon gezeigt. Aber eins der ganz großen Erfolgsgaranten war dann 2011 Ninjago. Das ist deswegen schon ungewöhnlich. Weil normalerweise so eine Serie, die Lego etabliert, übrigens eine weitere von denen, die sich relativ lang gehalten haben, war Bionicles, um die 2000er, die dann irgendwann wieder neu aufgelegt wurde. Aber auch bei Ninjago und da eigentlich noch extremer war es so, dass man den normalen Zyklus völlig durchbrochen hat. Und zwar auf Wunsch der Fans. Normalerweise ist so ein typischer Lego-Zyklus für eine neue Serie ungefähr drei Jahre. Also man hat drei Jahre und bringt in dieser Zeit nicht nur die Sets raus, sondern hat dann auch eine Fernsehserie, Zeitschriften, Merch und sonst was. Und danach kommt dann was Neues. Aber bei Ninjago wollte man es eigentlich auch so, wollte es dann irgendwann beenden. Aber der Fan kam dazwischen und hat gewünscht, dass man doch noch weiter produziert und dass Neues kommt und die Serie weitergeht. Und die sind inzwischen in der x-ten Staffel. Und die Sets laufen immer noch wunderbar. Jetzt auch 2020. Sind wieder zahlreiche neue Sets erschienen mit neuen Ideen, so ein bisschen Brettspiel mit rein. Und es gibt auch da inzwischen eine ganze Reihe Produkte, die sich mehr oder weniger, gerade schon vom Preis her, an Erwachsene richten. Wie zum Beispiel unten links sehen wir hier, und das finde ich immer noch eines der schönsten Sets überhaupt von Lego, nämlich den Tempel von Ayizu. Das ist ein Set, das wunderbar, selbst wenn man mit Ninjago und den ganzen Figuren und der Geschichte drumherum überhaupt nichts am Hut hat. Man einfach cool finden kann, wenn man asiatische Gebäude, asiatische Geschichte so ein bisschen mag. Das gilt auch für andere Groß-Sets, die im Bereich mehrere hundert Euro sind, wie Ninjago City, ein großes Haus, das so im modernen Stil eines Tokio-Hochhauses, naja, nicht ganz, aber dieses klassisch plus modern und so zusammengesetzt ist, was auch sehr, sehr viele Fans dann gefunden hat. Also Ninjago läuft und läuft und läuft. 2012 hat man auch die Friends-Figuren eingeführt für Mädchen. Wir erinnern uns, eigentlich Lego ja gedacht für alle Geschlechter, aber mit Friends hatte man jetzt was, was sich doch mehr, um nicht zu sagen, fast nur auf Mädchen erstmal konzentrierte, obwohl da sehr viele coole Ideen drin sind, die man auch als Junge, glaube ich, cool finden würde, wenn sie nicht alle so bunt wären. Anderes Thema. Aber das, was viel Diskussionsstoff erzeugt hat, waren die neuen Minifiguren. Die sehen nämlich anders aus, sind anders gebaut, so ein bisschen schlanker, der Kopf so ein bisschen komisch anders gebaut, mit so einem Kinn, das da noch runterhängt. Also man hat auch eine richtige Nase jetzt plötzlich, so ein Knubbelding da. Also ja, das war nicht jedermanns Sache, war aber wohl für Mädchen erstmal ein großer Bringer. Also in der ersten Zeit waren die Dinger gerade zum Weihnachtsgeschäft, wo es schnell ausverkauft. Ja, inzwischen ist es wohl ein bisschen normaler, ruhiger geworden um Friends, aber um 2012 war es ganz großer Erfolg. Genauso wie der Lego Movie, der 2014 in die Kinos kam, ein ganz großer Erfolg war, zu den größten Filmhits des Jahres gehörte, einem Animationsfilm, der auch schön, finde ich, dieses Lego-Feeling rüberbrachte, gerade durch einen Schlussgag, den ich jetzt hier nicht verraten will. Man hat es dann versucht, letztes Jahr mit einem Lego Movie 2 wieder aufleben zu lassen, das hat aber nicht geklappt, das ist eher gefloppt. Ich glaube, nicht ganz so gefloppt wie der Playmobil-Film, aber auch schon so, dass das, glaube ich, nicht als Untererfolg bei Lego verbucht wird, der Lego Movie 2 und damit auch die Sets, die dazu erschienen sind, teilweise noch nicht mal auf den Markt gekommen sind. 2017 gab es dann einen neuen Chef, Knudstorp wurde abgelöst durch Bali Padda, und der hat es aber nicht lange ausgehalten, oder beziehungsweise er wurde nicht lange an dieser Stelle zumindest gehalten. In der zweiten Hälfte übernahm dann Nils Björn Christiansen, wurde er dann neuer CEO, neuer Chef, und der ist es bis heute. Auch dort ist auch ein Däne, wie man am Namen schon sieht, und auch einer, der also nicht aus der Gründer- oder Besitzerfamilie von Lego stammt. Und 2017 wurde dann das Lego Haus eröffnet in Billund, eine große Begegnungsstätte, aber mit tollen Inhalten, die deutlich mehr auch nochmal für die kreative Seite sorgen von Lego Erlebnissen, als das das nicht weit befindliche Legoland denn liefern könnte. Das sehen wir jetzt hier, das ist oben rechts dieses Haus, mitten in Billund, wo also nicht nur die Bauart, wenn man zumindest mit dem Flieger, der Flughafen übrigens von Billund ja auch nicht weit weg, den hat man ja im Billund einen Flughafen gebaut. Gerade für Lego, also im Prinzip ja nur für Lego, quasi ein Lego Flughafen, nur mit echten Flugzeugen, gehört mit zu den größten Flughafen Dänemarks. Aber wenn man da einfliegt und dann fliegt man auch über dieses Lego Haus und sieht diesen 2x4er, der da oben als, allerdings sind das normale Fenster, dann dargestellt ist. Und dann gibt es diese Kästen, wo auch ganz verschiedene Erlebnisbereiche drinstecken, die es also ermöglichen, ganz unterschiedlich mit Lego Steinen kreativer umzugehen. Von Fischen bauen, die man dann in so ein virtuelles Aquarium entlässt, über Rennen, die man fährt mit selbstgebauten Autos, man kann Filmchen drehen, sich aber auch Ausstellungen angucken von Lego Modellen, von Lego Fans und so weiter und so fort. Man kann natürlich auch viel Geld da lassen, weil es da natürlich einen Shop gibt, wo man dann auch Sets bekommt, die es nur dort gibt und die dann wiederum etwas darstellen, was es nur in diesem Haus zu besichtigen gibt. Dazu gehört zum Beispiel auch dieses Architecture Modell. Da ist noch ganz witzig, davon gab es einen Vorgänger von diesem Architecture Modell, was wir links sehen, das war rein weiß. Als das Lego Haus gebaut wurde, gab es natürlich einige Einschränkungen auch für andere Geschäfte dort in Billund. Und da hatte man dieses dann für die Händler dort vor Ort in Billund entworfen, die durften das da verkaufen, aber auch nur die dort. Und damit hat man denen also die Möglichkeit geboten, ein bisschen wieder Geld reinzuholen, dafür, dass da eben ständig die Bagger und alles jetzt bei denen im Vorgarten rumfuhren. Auch eine ganz witzige Geschichte. Weitere Idee war zum Beispiel Lego Ideas, was neu war vor einigen Jahren, hieß früher Kuzu und Kuzu, aber hat sich dann selbst schnell zu einem eigenen Lego Universum herausgearbeitet. Jeder Fan kann dort Modelle einreichen und wenn man Glück hat, erstens über 10.000 Stimmen zu bekommen aus der Community und Lego auch noch selber findet, das kann man eigentlich veröffentlichen. Und das sind meistens so zwei, drei, vier Sets im Jahr, für die sie sich dann entscheiden, wie zum Beispiel den Angelladen hier in der Mitte oder Wall-E oder auch die Saturn-5-Rakete. Dann erscheinen diese Sets auch tatsächlich ganz normal auf dem Markt und sind in der Regel auch sehr, sehr beliebt, weil es sehr, sehr oftmals auch spannende und coole Geschichten sind. Und man ist immer dann durchaus bei diesen Entscheidungen, die ein paar Mal im Jahr sind, was denn da dann produziert werden wird, das sind immer durchaus spannende Momente. Also keine Oscar-Verleihung, aber für Lego-Fans durchaus gibt es ein bisschen was, was auch in nächster Zeit noch kommt. Es steht noch an, zum Beispiel Sesamstraße, was schon bekannt gegeben wurde, dass es kommen wird. Und wir haben zum Beispiel ein Klavier, was noch erscheinen wird und noch ein bisschen was anderes wird in nächster Zeit auch noch kommen in diesem Bereich. Also Lego Ideas ist gerade für erwachsene Lego-Fans ein großer Fundus. Oder Architecture, wenn wir bei Erwachsenen weiter sind, auch etwas, was definitiv nichts mehr mit Kindern zu tun hat, wie man auch jetzt sowieso mehr und mehr merkt, wie Lego versucht, Kinder ja natürlich weiterhin anzusprechen mit ihren klassischen Linien wie Friends, City, Creator. Aber es gibt eben Creator Expert, Architecture und jetzt auch öfter, dass man auf den Kartons plötzlich so ein 18 Plus hat. Das bedeutet dann nicht, dass hier der Jugendschutzzug eingreift und bitteschön das Ganze irgendwie ein bisschen Erwachsenen-Content mäßiger wird. Nee, das soll einfach zeigen, dass es sich wirklich an Erwachsene Sammler und weniger den Spieler richtet. Und da ist natürlich Architecture ganz klar. Das ist doch kein Set hier, was irgendwie ein Kind mobilisiert und cool findet. Also hier so Skylines von Venedig oder Big Ben. Das ist nichts zum Spielen, das ist was zum Hinstellen auf dem Schreibtisch und, wenn man es mag, dieses Abstrakte eben auch cool finden. Es gibt eine ganze Menge Ausstellungen auf dieser Welt. Es gibt eine große Szene von Adult-Fans of Lego, also von Fans, die eben Kinder waren und inzwischen dann aus ihren Dark Ages, das war immer die Zeit zwischen, ich interessiere mich für Jungs bzw. Mädels, bis hin zu, ah, jetzt habe ich wieder Geld, was mache ich denn damit? Also sprich, irgendwo zwischen 16 und 30 sind dann irgendwie diese Dark Ages, manchmal auch früher oder später beides, aber irgendwann packt es dann viele wieder und dann wird deutlich wieder investiert, natürlich, weil man das Geld teilweise auch hat und dann auch neu gebaut. Und dann gibt es große Communities in der ganzen Welt, die dann auch große Ausstellungen feiern und die sich auch regelmäßig treffen und dann eben eigene Kreationen auch ausstellen und diese auf großen Ausstellungen auch in Deutschland zum Beispiel oder in Dänemark weltweit, wie gesagt, präsentieren. Das sehen wir hier zum Beispiel auch, das ist hier bei uns in Norddeutschland, die Steinhanse oder Floating Bricks. Das sehen wir hier zum Beispiel mit Schiffen, das war in Hamburg mal im Terminal dort, in einem Kreuzfahrt-Terminal, aber in Kaltenkirchen haben wir zum Beispiel die Steinhanse, was hier in Norddeutschland ist, aber so, wie gesagt, gibt es wirklich deutschlandweit was. Wen das interessiert, der möge auf die einschlägigen Webseiten gehen, insbesondere lan.lego.com, L-A-N.lego.com. Da gibt es zum Beispiel auch eine Aufstellung immer der aktuellen nächsten Veranstaltungen, in der Hoffnung natürlich aus der Sicht von heute, wir befinden uns jetzt hier gerade, wo ich das einspreche, Ende April 2020. Da ist ja alles unklar, wann wieder Massenveranstaltungen wie diese stattfinden können, aber es bleibt natürlich zu hoffen, dass das auch demnächst irgendwann, wenn alles wieder sicher ist, dann auch möglich sein wird. Weil Lego-Sets oder solche selbst kreierten Sachen angucken, ist eine ganz andere Geschichte, als sich Fotos wie hier zum Beispiel nur anzuschauen oder Videos. Ja, wie ist die aktuelle Situation? Marktanteile, Gewinne gingen leicht erstmal zurück, jetzt steigen sie wieder, liegt insbesondere im asiatischen Markt, da wird man gerade ganz fuchsig, was Lego angeht. In guter Linie sind weiterhin Technik, City, Ninjago wohl auch weiterhin, es wechselt manchmal, Friends wird in der Liste manchmal noch genannt, Manche sagen, hm, ist doch nicht mehr so, weiß man nicht genau. Also es ist dann natürlich auch viel Marketing, wenn dann solche Sachen von Lego bekannt gegeben werden. Nexonites war so ein Flop, leider, Schima, Dimensions, naja, müssen wir nicht wieder lange drüber reden, hat sich so ein bisschen erledigt. Es wurden dann zeitweise 1400 Mitarbeiter entlassen, obwohl die Gewinne weiterhin ordentlich waren, im Milliardenbereich ja fast, aber eben leicht zurückgingen. Und da hat man dann lieber rechtzeitig dann wohl die Reißleine gezogen. Produktpreise steigen, zumindest einige. Das ist gefühlt, wird immer alles teurer, aber man merkt zum Beispiel bei diesen Minitütchen, es gibt so Tütchen, wo Minifiguren drin sind, die kostet mal früher 1,99, jetzt inzwischen 3,99, in Amerika schon 4,99 Dollar. Aber ja, bei vielen Sachen ist es manchmal auch eine gefühlte Teuerung, sehr unterschiedlich. Einige Sachen sind wirklich mit den Jahren deutlich teurer geworden, einige sind es nur gefühlt. Aber ja, kann man, ist manchmal ganz spannend, mal die Preise zu vergleichen. Lego bleibt aber natürlich ein sehr teures Produkt. Das aber auch in vielen Fällen weiterhin der Möglichkeit hat, dann Rabatte mitzunehmen, weil es immer mal auch überall eigentlich mal 20 Prozent auf Standardprodukte auch gibt. Es gibt inzwischen auch viele teure Sets. Lego hat erkannt, dass es eben da draußen Menschen gibt, die Geld haben und bereit sind, diese auch für Plastikspielzeug auszugeben. Zum Beispiel der Millennium Falcon ist bisher so das größte Set für 800 Euro, im Angebot allerdings teilweise auch schon unter 700 deutlich zu kriegen. Besteht aus 7.500 Teilen und davon gibt es inzwischen eine ganze Reihe. Nicht ganz so groß, aber in dem Bereich zum Beispiel 2019 gab es den Sternzerstörer für 699,99 Euro und darunter im Bereich knapp unter 500 gibt es einiges. Auch in der Technik-Serie 300, 400 Euro ist gar nicht so schwer, mehrere Sets davon pro Jahr auch rauszubringen von Lego allem Anschein nach. Und diese dann auch, wenn man möchte, zu kaufen. Allerdings haben sie auch Konkurrenz, mehr und mehr Billigkonkurrenz, nämlich aus China insbesondere, also aus den anderen Ländern. Aber hier ist zum Beispiel eins, eine Firma, wie wir sehen, die also sehr drastisch einfach kopiert. Lepin sehen wir hier links. Die sind inzwischen auch von Lego angegangen worden. Da sind auch tatsächlich inzwischen China-Razzien gewesen, sodass diese Firma so eigentlich nicht mehr existiert, aber Ableger davon deutlich weiterhin tätig sind. Aber da muss man eben unterscheiden. Also sowas ist natürlich klar, das geht nicht. Das ist rechtlich absolut unzulässig. So eine Komplettkopie und dann auch noch mit Lizenz und so weiter, die man nicht hat. Das andere ist, dass man natürlich eigene Sets rausbringen darf und das ist eben weiterhin zulässig seit vielen, vielen Jahren. Muss man aufpassen, bestimmte Sachen sind weiterhin geschützt von Lego, insbesondere Minifigur. Da geht Lego auch weiterhin gegen vor. Aber sozusagen ein anderes Set mit einer anderen Gestaltung von anderen Firmen gibt es. Zum Beispiel Kobi aus Polen ist eine der Firmen, die aktiv ist und immer erfolgreicher wird. Und aber auch aus dem asiatischen Raum gibt es einiges, was auch durchaus legal ist dann. Nur darf es eben keine Kopie von Lego-Produkten sein. Oder auch einige neue Ideen, die dann von Lego jetzt mehr und mehr eingebracht werden. Sie versuchen es wieder mehr mit Technik auch im Hintergrund. Zum Beispiel mit Powered Up und Control Plus. Das ist eigentlich beides das Gleiche, aber dass die sogenannten Power Functions inzwischen mit mehr Knopfhoff angesiedelt oder angereichert wurden. Mehr Möglichkeiten mit Bluetooth-Steuerung, App-Steuerung jetzt möglich sind bei diesen Sets, die dieses unterstützen oder wo diese Motoren, Sensoren und Zentraleinheiten dabei sind. Aber auch mit Augmented Reality ist man zum Beispiel zur Zeit mehr und mehr dabei, das einzuführen. Hidden Side ist eine Serie seit 2019, wo man das Handy mit einbaut in das Lego-Set. Wie erfolgreich das ist, das ist noch so ein bisschen, ich glaube Hidden Side ist nicht der Riesenerfolg, den sich Lego erhofft hat. Aber auch da habe ich keine Zahlen, verraten Sie ja nicht. Gefühlt ist es nur so, da wird man sehen, ob Sie das weiter verfolgen. Powered Up ist eigentlich eine coole Geschichte, die Sie ein bisschen marketingmäßig falsch eingeführt haben, aber die deutlich mehr inzwischen auch bietet als das alte Power Function zum Beispiel. Oder auch die alten Möglichkeiten, die bei den Technik-Teilen waren. Aber das sind andere Themen und da gibt es immer wieder was Neues. Es lohnt sich, die Klemmbaustein-Lyrik zu abonnieren, weil da gibt es die Infos dazu. Und das war es mit meiner, ja doch jetzt über eine halbe Stunde langen, kurzen Abriss über Lego in PowerPoint-Funktion. Und damit sehen und hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann und tschüss. Dann sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020